Ah, jetzt bin ich wieder hier. Nach vorne laufen? Sie liebt dich. Sie will, dass wir eine Familie sehen, verdammt nochmal. Du, du! Alles, was du tun musst, ist, ihre verdammte Gabe anzunehmen! Okay, jetzt wieder durch und zurück und hoffen, dass sie nicht wieder angerummt kommt. Versteck dich beim Garbage, ja? Probe ich mal. Geht nochmal zurück. So, ich muss ja da durch. Ich muss ja, dass die Olle da wegkommt. Achso, ich meine, bevor sie mich jagt, wo verstecken. Sie bleibt jetzt einfach in dem Raum. Du kannst nicht einfach gehen. Und sie haben ihn bei Essen zu kochen oder so. Ich kann es jetzt halt so nicht sehen, das ist fies. Weiter zu... Hallo, würde es... Er hat einfach keine Lust, da weiter zu gehen. Jetzt ist er wieder. Hallo, Controller? Ich habe... Mein Controller hat gerade keinen Bock. Geh, der jetzt zurück. Zurück geht? Zurück geht. Okay, ich gucke einfach mal kurz, was sie macht. Sie kommt jetzt... ... nach vorne gestampft. Ja, gleich ist sie wieder dead. Ich glaube, das war zu lange. Das war zu lange, das war zu lange. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin nicht da. Renn! Hallo, würdest du rennen? Danke. Oh, okay. Oh, Loch. Was ist jetzt passiert? Hallo? Ja, wieder aufstehen. Doch. Genau das war ein Plan. Sieht wie ein Teil von etwas aus, ja. Kannst du an einem Teil von etwas drehen? Oder wir machen einfach gar nichts, und da war das Licht aus. Hallo? Wo denkst du, dass du hingehst? Nach draußen? Bye-bye. Wer hat die Kamera jetzt eigentlich gefunden und das Band dahin gelegt? Ich meine ja nur, dass ich jetzt eigentlich unterm Haus... Mutti sei jetzt nicht so, dass das hätte jetzt große Lust, das auch zu sammeln. Die war jetzt eher mit Amir beschäftigt. So, haben wir noch mal drunter gekrabbelt nachher. Oder es war der Luca, der wollte uns einfach nur ärgern. Lucas? Wie auch immer jetzt der Sohn heißt. Ich kann es mir nicht merken. Ich habe auch keine Ahnung, wie die anderen heißen. Wie sind die nicht? Margret? Margret? Wie sowas? Das Testbild ist jetzt auch schon langsamer vorbei. Ja, ich habe es geschafft. Ja, das war der Sinn, dass wir gefangen wären. Ich wundere mich nur gerade, wer das Band dahin gelegt hat. Weil das hat ja auf dem Tisch gelegen und nicht mehr unterm Keller. Also wird einer von denen schon der Ingellicht haben, uns zu ärgern. Ich tippe auf den Sohn. Der ist ja so ein bisschen... Der will uns ein bisschen piesacken. Mit dem dürfen wir dann später ein paar Spiele spielen. Ich freue mich auf den Part mit dem Sohn schon. Das ist mein Lieblingspart. Mit dem Rätselspiel lösen. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Reihenfolge es war. Ich weiß so grob, was du machen musst. Das ist jetzt das Komplette vom Spiel. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt. Schon ein bisschen länger her. Ich weiß so grob, was passiert. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge genau. Und wie ich zu dem komme. Fadi rennt hier durch die Gegend wahrscheinlich wieder. Oder bin ich, dass er stampft. Nee, Fadi. Kann ich hier nicht einfach... Hier war doch gerade bei den Flaschen irgendwas. Ich weiß nicht, kommt der Fadi auch in die Räume rein? Ach, das war der Schrank da hinten. Das war kein... Ich kann mir hier keine Sektflasche rausnehmen. Schade. Ja, nee. Ich will jetzt nicht lesen. Ist okay. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Ja, wir können es aufmachen. Ah, der Hund. Ja. Oh, Mist. Ich habe so viel Zeug dabei. Aber ich kann aber bestimmt... Ähm... Und dann kann ich den mitnehmen. Yay. Ich habe einen Hundekopf. Fehlen noch zwei. Schießpuffer kann ich nur noch mitnehmen. Nur keine Chimie mehr. Chimie habe ich leer gemacht. Das wirkt so gar nicht bedrohlich. Mit dem Plänen Messer. Aber ich könnte mal den hier machen, dann haben wir nicht das Konzept. Jetzt haben wir ja ein paar... Mediziner. Aber hier ist nix weiter... Von Interesse. Nee, anscheinend nicht. Die Kiste, danke. Da habe ich einen Gietrich. Mal in den Mauch. Schauen wir da drin. Mit der Technologie Nummer 1. Flinten-Muni. Ja, nein, sein wir mit. Muni ist nie verkehrt. Ich habe jetzt noch die Flinte noch nicht. Ich würde gerne speichern, aber ich weiß nicht, woher der Speicherplatz ist. Da muss ich wieder zurück klatschen? Oh, naja, so. Das Zimmer, der Großmutter ist verschlossen. Hier an der Seite ist keine. Da habe ich vielleicht nicht mitten in den Eingang gestellt, fast fadiert, ob ich die Seite kommt. Da haben wir keine Türen, da hinten haben wir das Kinderzimmer, da komme ich nicht rein. Der Wäscheraum haben wir höchstens. Der Wäscheraum ist bestimmt... Ist der hier? Warte. Nee, es ist das unten drunter. Okay, kann ich auch noch strangen? Ich wollte eigentlich nur runter gucken und nicht, dass du runter springst. Na gut, jetzt können wir aber speichern. Okay, das war halt nicht so geplant. Geh dich einfach mal vorunter, weil da kann dir nichts passieren. Du bist ja anscheinend eh unkaputtbar. Ich packe erst mal ein paar Sachen in die Kiste. Wie, was brauchen wir zum Beispiel nicht? Das Videoband kann in die Kiste. Die können erst mal in die Kiste. Patronen brauche ich, Kraut. Flitte habe ich doch keine. Ich glaube, das Panel brauche ich auch ein bisschen später. Ja, Flinte machen wir auch mal rüber. Ja, so wenig, was wir mitnehmen können. Jetzt tun wir es speichern. Aber nicht... Egal. Ja, komm, wir machen einen neuen Spiel, statt was soll's. Dann machen wir die Türen auf. So, dann müssen wir wieder hier durch. Doch, hier durch. Wir müssen nicht durch die Garage durch. Wir können auch hier durch. Dann können wir den einen Hundekopf schon mal anbringen. Ähm. Ja. Mission failed. We'll get him next time. Habe ich mich erschrocken. Wieso failed? Ich habe den Hundekopf angebracht. Ich bin da aus Versehen vom Dings gesprungen. Was kann ich da rein tun? Ja, den habe ich wahrscheinlich noch nicht gefunden. Ich muss weiter oben umgucken. Wir haben hier ein Bild. Von Michael Meyer? Nee. Evelyn. Mai. Schwere, schwere Schritte. Ach, guck mal. Nee, das ist mir in die Lade. Okay, ich habe nicht gesagt. Ich habe schon Paranoia. So, so, schönes Spiel, wo du immer Paranoia kriegst. Weil du denkst, es ist... Immer jemand hinter dir her. Okay. Hier war nichts. Hallo, Umi. Habe ich das neue Meister nicht mehr drin? Bin ich wieder hier? Ja, Pistole. Aber die waren nicht alle hier in dem... Ja. Dann musst du halt nur warten, bis die Fatty kommt. Dann kannst du immer neue Meister machen. Ja, das ist schwierig. Internet ist halt hier extrem bescheiden. Ich wundere mich, dass es überhaupt funktioniert. Die ganze Woche hat es so selten funktioniert, dass es überhaupt das Internet hatte. Okay. Kräuter? Ah, hier. Das ist noch ein Zimmer. Ich glaube, ich brauche das Pendel doch für die Wohnzimmeruhr. Kann das sein? wie geht es mal jemand beim baden stören oder nicht haben wir jetzt im klo und dann haben wir eine münze was man schon alles im klo haben ich wundere mich noch ein paar kräuter die hier irgendwo wachsen oder jemand versteckt hat ich glaube ich weiß jetzt was passiert ist das jetzt schon hier oder ist das später hier da ist nix bereite dich vor ich meine nämlich passiert gleich was da sie starten für das schattenspiel ein haufen von was weiß ich was weil ich meine meine kleine hat uns eine gabe gegeben und diese gaben bis ich habe geschossen schießt auch wie du sehen kannst ist die familie nur ein teil ihrer gabe ja aber ich habe jetzt da kein interesse dran war die auf tschüss bleibst du da oben bist du da oben geblieben anscheinend wo ist dass er da kommt habe ich daran erinnert ich war mir nicht sicher ob er später kommt oder jetzt an dem moment kommt und war eine holzstatur ne bleibt weg die spiele nicht verstecken ich habe holzstatur und keinen kopf das wird doch vogelartig reicht das schon ja es reicht schon nice wer baut diesen mist weiß ich nicht würde ich auch gerne wissen dann hat auch kein richtig gang sondern nur so ein ganz engel das platz ausgegangen da passt faddy bestimmt nicht durch wo die muss ja auch und oben rennen sind allzu fett hier kommt da nicht durch ja mal messer wechseln das prinzip gegenwände schlagen hat faddy sich versteckt sonst haben wir hier ein bisschen kräuter sie was angepflanzt hier bisschen munition und alles was man also braucht kräuter munition ja bisschen chemie im kühlschrank lasagne gehabt hat er bestimmt nicht die muni gemacht richtig ja den schüssel haben wir auch noch nicht so viel kiste für so ein kleines ding wie wenn man was online bestellt kriegt man auch eine große kadon aber eine ganz kleine sache hier noch irgendwas ja noch ein herrsch auch hier der falsche knapp sorry der herrsch bewacht sein haben gut noch was im klo weiter geht's naja da brauchen wir einen niedrig für ja hab ich nicht oh der pflanze geht es nicht mehr gut ich würde die mal gießen jetzt haben wir hier einkaufsiste naja wieder lauter verspundene leute oh guck mal rich meddling da steht mia ich weiß nicht was du von deiner frau freundin hältst aber ich glaube sie ist kein kind mehr da hat sich der fall jedoch ganz viel mühe gegeben da war zwar um zu malen stimmt was war vielleicht die apple denn na wo gehst du auf da schade dass ihr nicht rausfahren das fände ich sehr lustig ich habe auch schön auf aber hier ist nichts weiter zu sammeln anscheinend weiß man kann später auch so komische tabletten kriegen dass man sieht wo sie sich die items verstecken ich würde hier mal neu tapezieren sieht ein bisschen komisch aus ich bin jetzt ein bisschen doof Ja, das war jetzt nicht so gut. Ich habe ja ganz vergessen, dass hier die Viecher gekommen sind. Ja, die sind doof angestellt. Gut, dass ich aber einfach spiele. Die geschmolzenen. Die überflucherten. Hat's ja beides. Mold ist ja auch. Nee, Melt. Melt ist Schmelze und Mold ist so. Pilz halt. Ah, jetzt habe ich mich auch so getroffen. Hallo Lola. Huchig. Ach, das sind sogar die Pillen, die ich gemeint habe. Zum Objekte suchen. Nein, nehme ich noch nicht. Das würde ich wahrscheinlich gar nicht nehmen. Da war nix drin. Das kriege ich nicht auf. Da war nix drin. Lass den Schluck auf. Hier war auch nix drin. Kannst du durch die Tür gehen? Danke, diesmal funktioniert das bei der Tür. Nachladen. Nachladen. Ja, ja, zum Glück, bis sie was an Munizierung sammelt. Bleib schön. Vielleicht soll ich jetzt noch ein bisschen auf die Pistole wechseln, denn es kommen ja tatsächlich Gegner. Hier ist nix. Hier ist so ein bisschen was von dem Schimmelpilz. Das ist der Skorpionsschlüssel, den habe ich noch nicht. Kriege ich erst den Skorpion oder erst den Schlangenschlüssel? Ich kriege erst glaube ich erst den Skorpionsschlüssel und dann den Schlangenschlüssel. Hier war speichern. Weil ich glaube, ich muss mal kurz mit der Lola raus. Da war mit Dietrich. Noch mehr Zeitungsartikel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.